Hallo Freunde, heute buddeln wir das Gemüse aus, welches wir letztes Jahr im Winter vergraben haben. Die Dupinambur ist auf jeden Fall noch schön frisch. Die Möhren haben jetzt allerdings schon begonnen, Wurzeln zu schlagen. Wären aber auch noch gut essbar. Die Radieschen und die Kartoffeln. Habe ich schon vorher wieder herausgeholt. Allerdings sind Radieschen nicht dazu geeignet, jedenfalls bei mir nicht, sie unter der Erde zu lagern. Und hier sehen wir noch einmal die Möhren. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.